ja das ist unser zweiter bautag wir sind jetzt schon etwas weiter gekommen weil wir haben hier noch die sachen ausgesägt und so jetzt schraubt hier gerade mein kollege die sachen an tja dann melden wir uns doch wieder sobald wir ein stück hin weiter sind ja jetzt bauen wir hier die mittelkonsole gerade an das sieht ja schon mal ziemlich gut aus bis jetzt dieses holz das war geklebt hier wird das noch alles schön verkleidet das könnte heute vielleicht noch fertig werden könnte ja genau wir melden uns dann einfach später wieder ja jetzt haben wir den zweiten teil der mittelkonsole hier schon dran da kommt denn ja nachher die schaltung hin man sieht fast nichts oder besser gesagt gar nichts ja ja wir melden uns einfach wieder sobald wir wieder ein stück hin weiter sind ja hier sind wir wieder jetzt machen wir noch die kleinen fertigkeiten damit anmalen hier auch noch so eine kleine platte rüber also diese hier die müssen wir noch gerade machen ja hier sieht jetzt das beifahrercockpit hier fahrerplatz also hier kommt ein subwoofer rein hinten haben wir noch ein loch gemacht das ist ja ein bisschen dröhnt weil das holz gibt so ein hall oder ja das kommt dann richtig gut weil das ist ein wirklich stockhaus abwurfen ja hier oben kommt dann auch noch holz hin das loch ja die mittelkonsole für die schaltung also dieses fast fertig jetzt nur noch die kleinigkeiten wie ich schon gesagt habe und inseln okay dann sehen wir uns wenn alles fix und fertig ist auch vergessen habe ich noch was hier kommt noch ein aufbau drauf ja dann sehen wir uns wenn wenn es fix und fertig ist tschüss hier sind wir wieder gehen mal in unseren schönen werkraum es ist noch nicht ganz fertig aber ja wir wollen hier nur noch türme hin bauen für boxen ja da auch boxen so hin und ja hier sieht ist es von hinten hier ist dann der ausgang von äh vom zur wurfer ja hier sind wir noch in line ja hier kommt immer noch ein brett das wir noch schnell zuschneiden müssen ja bald sind wir fertig und ja ich hoffe es hat euch gefallen wir machen dann noch ein nächstes video wenn es ganz 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 fertig ist und ja tschüss bis zum nächsten mal also hier ist alles fertig ja alles noch schön geputzt am dienstag transportieren wir das in die schweiz ja hier hinten kommt der fernseher hin also so ein 4k fernseher so fett ja hier alle verstärkungen hier sind wir immer noch im leimen und hier ist immer noch das zur wurfer doch ja da kommt die dann auch die ganze elektrik noch raus nach hinten zum pc der wird ja wahrscheinlich auch irgendwo hier hingestellt ne hier auf die seite kommt der fettse ja hier schön für das g27 schön zugeschnitten ja wie schon gesagt die baupläne gibt es ab 600 abonnenten ja was ihr jetzt noch nicht seht das sind die kleinen boxen türmchen ja die hier kommen solche türmchen hin genau ja etwas so hoch und hier ist noch für den subwoofer und hier ist noch irgendeine abstellung da kann man noch einen bierkühler oder so reintun hier ist das für die pedalen da ist noch ein brett einfach jetzt weil wir da noch am kleben sind und wir haben für das ganze hier das ganze holz das ganze material haben wir jetzt 150 euro 150 euro reingesteckt man kann auch billigeres holz oder teureres nehmen ja das war es eigentlich das vielleicht machen wir morgen noch ein special mit bike also wir gehen vielleicht biken und dann machen wir vielleicht ein video oder card fahren oder so machen wir ein special und dann geht es wieder ab hinter dem computer gameplays zu machen genau das machen wir nicht so oft weil wir sind ja eigentlich ein gameplaykanal aber wir dachten einfach mal vielleicht auch mal eine kleine abwechslung zum pc dass ihr auch mal sieht was zocker so alles noch in der freizeit machen ja so einfach ein special weekend genau special weekend ja dann hoffe ich es hat euch gefallen oder hoffen wir und ja eben ab 600 abonnenten gibt es denn die baupläne ja dann sagen wir tschüss bis morgen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.